Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und heute in diesem Video soll es gehen um das Thema Bestandskundenakquise. Warum? Weil viele meiner Kunden oder auch generell IT-Experten aus meinem mittlerweile sehr großen Netzwerk und das gleiche gilt für mich selber auch, haben bemerkt, dass letztendlich sie im Laufe der Jahre ihrer Tätigkeit als IT-Experter, SAP, Systemhaus, größere, kleinere Firmen eine ganze Menge von Bestandskunden bzw. ehemalige Kunden in ihrem Bestandskundenrepertoire haben. Teilweise schon längere, verstaubte Kontakte, wo sie vielleicht teilweise nicht mehr wissen, ob das noch die richtigen Kontakte sind bei den Firmen, die ehemalig ihre Kunden waren. Teilweise auch sehr verstaubte Bestandskundenkontakte, wo man letztendlich das Ganze gar nicht mehr so richtig als Bestandskunde sehen könnte. Also diese dann wieder zu reaktivieren ist letztendlich wie komplette Neukundenakquise. Und auch da gibt es sozusagen, wie bei der Neukundenpipelining, Neukundengewinnung, gibt es ja auch kalte Kontakte, warme Kontakte, lauwarme Kontakte und heiße Kontakte. Also wir unterscheiden das da ja auch in vier, fünf verschiedenen Stufen bis hin dann zum Neukunden. Und genauso bei der Bestandskundenakquise ist es ja genauso. Also man hat die Bestandskunden, mit denen man aktuell im Geschäft ist, Tätigkeiten, Projektgeschäft in der Regel in der Softwarebranche. Man hat die Bestandskunden, die man vielleicht letztes Jahr Geschäft gemacht hat, aber dieses Jahr noch kein Geschäft. Es ist auch noch sehr frisch, die Geschäftsbeziehung, aber dieses Jahr ist vielleicht jetzt gar kein Budget vorhanden oder was auch immer. Und dann hat man eben sozusagen, ja, desto weiter es in die Vergangenheit geht, desto weniger wertvoll theoretisch sind dann die Kontakte oder die ehemaligen Bestandskundenkontakte, weil man doch eine gewisse Dynamik auch in den Entscheiderpositionen der Unternehmen da draußen sehen kann. Das heißt, es werden viel häufiger, ja, Positionen gewechselt, intern von einer Position zur anderen. Dann ist es wieder ein völlig neues Gesicht und da muss man erst wieder die Beziehung aufbauen. Bei größeren Firmen, wo alles über den Einkauf läuft, also es ist dann, da gibt es auch interne Prioritätslisten bei Lieferanten, wo man bereits gelistet ist auch. Auch diesen Fall hatte ich letzte Woche, wo man mal einen Bestandskunden hatte, wo man gerne, wo man quasi schon mal Lizenzen verkauft hat, zum Beispiel SAP-Lizenzen oder Microsoft-Lizenzen, aber das ist schon wieder ein paar Jahre her. Das heißt, man wäre dort theoretisch, ist es ein Bestandskunde, aber in der Praxis ist man dort in der intern im Einkauf. Und bei den größeren Firmen ist es häufig so, dass der Einkauf letztendlich bestimmt, welches der engere Kreis, Lieferantenkreis ist, der aktive sozusagen. Es gibt dann den inaktiven und dann den aktiven Lieferantenkreis intern, wo man gelistet ist. Und jedes Mal, wenn es dann von der Fachabteilung oder von der IT-Abteilung, vom CIO dann letztendlich so weit ist, dass er sagt, okay, wir haben jetzt wieder das Projekt, das Projekt, das Projekt, wir brauchen jetzt wieder diesen, jenen und so weiter Dienstleister für dieses Software-Entwicklungsprojekt, für dieses Integrationsthema, für dieses Schnittstellenthema, für diesen Greenfield-Ansatz, für diese Re-Plattforming, für diese Versions-Upgrade, Erweiterung, eShop, egal, you name it, whatever es ist, Mobil-Applikationen brauchen wir, okay, dann geht er zum Einkauf und sagt, okay, wir brauchen diese Dienstleistung. Dann sagt der Einkauf, okay, dann geht er durch seine aktive Lieferantenliste zuerst, die mit der Prio Nummer 1, die er eben priorisiert Nummer 1, 2, 3 sind. Okay, dort holen wir uns diese Dienstleistung, dort holen wir uns diese und die jene. Und nur wenn da jetzt nichts dabei sein sollte, was ja relativ unwahrscheinlich ist oder selten vorkommt, dann würde man die inaktive Lieferantenliste nochmal sozusagen aus dem Nähkästchen holen oder sozusagen aus der verstaubten Schublade und schauen, ah, wen hatten wir denn noch vor ein paar Jahren als Lieferanten, ah, vielleicht können die das, diese Programmierung und jene Programmierung dann liefern und so weiter. Das heißt, es ist super wichtig, dass man auch hier immer wieder Reaktivierung betreibt von Kunden, mit denen man mal Geschäft gemacht hat und gutes Geschäft, das heißt, man möchte mit denen auch wiederkehrendes Geschäft machen. Und dieses Problem, nochmal, brauchst du nichts dabei denken, ob du jetzt ein Solopreneur bist, ja, und hast ehemalige Kunden und würdest gerne wissen, wann die immer mal wieder dich brauchen und so weiter, aber du bist ja nicht ständig auf dem Schirm. Also das Thema Bestandskundenerquise, ob du als Solopreneur unterwegs bist oder mit ein paar Mitarbeitern oder 20 oder 100 oder 1000 Mitarbeiter hast, das Thema Bestandskundenerquise beschäftigt jeden da draußen, mit dem ich jeweils im Kontakt war, ja, und da gibt es dann entsprechend auch bei den größeren Firmen Positionen, die intern besetzt werden, das sind dann meistens Key-Accounter für größere, Bestandskunden oder Account-Manager, in der Regel sind das sowas wie Account-Manager, wird also zumindest so betitelt in der Regel und das ist dann dediziert deren Aufgabe, sich darum zu kümmern. Bei den kleineren Firmen, die haben noch keinen dedizierten Account-Manager, da sollte man sich eben Mittel und Wege überlegen, wie man hier auch immer wieder Kontakt aufnimmt zu seinen Bestandskunden, eben diese Bestandskundenpflege, sagt man da auch auf Neudeutsch, Bestandskundenakquise, zu machen, ja, reibungslos, sodass eben nichts auf der Strecke liegen bleibt. Insbesondere bei den Kunden, wie gesagt, mit denen man schon ein sehr gutes Geschäft in der Vergangenheit gemacht hat, denn hier ist der Weg für weiteres Geschäft ja viel, viel kürzer, denn man ist ja nicht vollkommen neu, das heißt, dieses Kaltakquise-Thema sollte da eigentlich keine Rolle mehr spielen in der Theorie. Ja, nochmal, desto weiter man sich dann davon entfernt, also desto mehr Jahre vergehen, dass man da wieder aktiv war, desto mehr geht das Ganze wieder in Richtung Kaltakquise, also so Kunden, die man mal vor fünf Jahren hatte, das ist dann quasi de facto wieder fast wie Kaltakquise, aber man kann natürlich auch da argumentieren, hey, wir waren auch schon mal zusammen und so weiter, also ist es auch da einfacher. Ja, es gibt in der Regel, gibt es wie, also wir stellen uns jetzt die Frage, wie kann ich denn jetzt auch als relativ kleine Firma zum Beispiel es schaffen, ja, wenn ich jetzt nicht diese ganzen Ressourcen habe, dass ich jetzt für meine ganzen Bestandskunden mir extra Leute einstelle, Accountmanager und so weiter, wie kann ich es trotzdem schaffen, hier möglichst nichts zu verpassen, ja, weil es ist halt einfach so, dass selbst wenn dich ein Bestandskunde generell auf dem Radar hat, an dem Tag X, wo er dann jemanden braucht, der genau das können, der genau das können muss, was du anbietest, kann sein, dass er genau an dem Tag dann dich nicht auf dem Radar hat, wenn da eben Schülerentsprechend Zeit vergangen ist, ja. Wir kennen das alle, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe teilweise monatelang, erinnere ich mich selber immer wieder daran, ah, wann ist der Geburtstag meiner Nichte, wann ist der Geburtstag meines Neffen, wann ist der Geburtstag meines Cousins und meines Cousin und meiner Cousine und so weiter und dann häufig an dem Tag, wo dann mein Neffe, meine Nichte, mein Cousin, mein Cousin Geburtstag hat, vergesse ich diesen Geburtstag, weil ich genau an diesem Tag so verdammt busy bin. Und genau so geht es deinen Bestandskunden eben auch. Wenn sie dann an dem Tag, wo sie kaufen, sind sie meistens sehr hektisch oder busy oder was und dann vergessen sie sich gerade oder haben gerade jemand anderes im Kopf und da gibt es einen Grund dafür. Also es gibt insgesamt fünf Möglichkeiten, fünf Möglichkeiten, wie du generell erschaffen kannst, dass du dich immer wieder bei deinen Kunden in Erinnerung rufst und die werde ich jetzt hier mal so ein bisschen an die Tafel malen. Lange Vorrede. Die erste Möglichkeit ist generell und die würde ich auch entsprechend empfehlen, wenn du, egal ob du groß oder klein bist, aber insbesondere wenn du kleinere Firma bist und noch nicht so viele Ressourcen hast, noch nicht so viel Manpower, ist das durch Automatisierung. Und das ist ja, bietet sich nämlich deshalb ja an, also hier können wir zum Beispiel eine Überschrift noch machen, Bestandskundenakquise oder Pflege. Und es bietet sich generell an, dass wenn du in der Bestandskundenbeziehung den ganz großen Vorteil, den du da hast, du hattest ja bereits mal Geschäft, also eine Geschäftsbeziehung, das heißt zum Ersten, du brauchst über die SQO generell keine Gedanken machen, es sei denn, sie haben sich irgendwie bei dir abgemeldet oder so, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Das zweite ist, du hast ja Kontaktgarten. Du kannst ja diese Kontaktdaten nutzen. Du darfst sie nutzen, du sollst sie sogar nutzen. Es ist sogar gewollt, dass du diese nutzt. Also das heißt, du kannst hier ganz einfach über ein sogenanntes Marketing Automation oder Schrägstrich und oder CRM, also Customer Relationship Management. Ich kürze das hier mal kurz ab, das kennt ja sowieso jeder. Ich sage deswegen und oder oder Schrägstrich, weil diese ganzen Themen, diese ganzen Tool, unterschiedlichen Toolbezeichnungen und so weiter, das ist aktuell wirklich alles komplett am Verschmelzen. Das heißt, Pipedrive CRM hat jetzt gerade sein eigenes Marketing Automation Feature rausgebracht. Das heißt, du brauchst jetzt mit Pipedrive CRM kein Active Campaign mehr dran flanschen. Das Geld kannst du sparen, kannst du gleich das Marketing Automation Tool nehmen von Pipedrive. Dann andersrum, Marketing Automation von zum Beispiel Quentin bietet jetzt auch gleichzeitig ein CRM All-Inclusive. Auch gleichzeitig noch ein Landing Page Builder, ein Mitgliederbereich. Also es ist tatsächlich so, dass immer mehr die Tendenz dahin geht, dass wirklich jede SaaS-Lösung, egal ob es ein CRM-Anbieter ist oder ein Marketing Automation Spezialist, Anbieter, Tool, Software, jeder versucht irgendwie möglichst viel vom Markt mitzunehmen. Und das ist ja auch so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so eine Art Schneeball-Effekt. Wenn der mal ins Rollen kommt, wird der immer schneller, immer größer. Denn wenn einer anfängt, dass er alles anbietet, dann sagen sich die anderen, ja, dann muss ich mitziehen. Sonst bin ich nicht mehr wettbewerbsfähig. Also wenn jetzt ein CRM-Tool-Anbieter sagt, ich muss jetzt auch Marketing Automation anbieten, dann muss jetzt letztendlich, wie zum Beispiel Salesforce, haben sich einfach zwei Firmen gekauft, Partot und Qualtrics, glaube ich. Ja, die bieten jetzt auch unterschiedlichste Formeln von Marketing Automation. SAP hat sich Emarsys gekauft, HubSpot, ursprünglich andersrum genau, ursprünglich ein Marketing Automation Tool, hat eigentlich eine native Schnittstelle zu Salesforce CRM. Mittlerweile hat Salesforce seine eigenen Marketing Tools, die wollen eigentlich diese native Schnittstelle gar nicht mehr nutzen müssen, ja, zu HubSpot, weil es ist ja eine Mitbewerberfirma jetzt, so damit, mit diesen Aufkäufen da durchgeworden, und HubSpot hat letztendlich jetzt auch ein eigenes Zellen schon seit längerer Zeit, was auch super top integriert ist in die ursprüngliche spezialisierte Marketing Automation Kompetenz von HubSpot. Und mittlerweile haben die auch Service Hub und die ganze Bandbreite, ja, Projektmanagement, alles kannst du jetzt mit HubSpot machen mittlerweile, ja. Und das ist eben ein ganz, ganz starker Trend. Also deswegen nochmal ganz kurzer Ausflug zu dem ganzen Thema Tools. Da brauchst du echt keine Gedanken machen. Du kannst wirklich fast mit jedem Tool so ziemlich alles abdecken heutzutage und so relativ kleinem Geld. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch in gewisse Fallen tappen, Abo-Fallen, ja, wo du dann auch sehr schnell sehr viel Geld bezahlst bezüglich Lizenzen, wenn du jetzt noch ein bisschen kleiner bist. Sagen wir mal, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, das noch nur ein paar hunderttausend Euro Umsatz macht im Jahr, dann spielt es schon meiner Meinung nach eine große Rolle, ob du jetzt halt dir Tools aneignest oder kaufst, die dann irgendwann mal mehrere tausend Euro Lizenzen kosten pro Monat, ja, also so 12.000 bis 20.000 Euro Lizenzkosten bei HubSpot, wenn du jetzt dann die Enterprise-Version nimmst. Das ist ganz normal. Zum Beispiel Salesforce ist auch recht teuer. Da gibt es aber andere, ja, wie Pipedrive oder, ja, Quentin oder halt auch andere Sachen, da, ja, da hast du dann irgendwie quasi einen Cap, ja, pro User bei 100, 150 Euro pro Monat, ne. Hängt immer vom Einzelfall ab, muss man dann wirklich mal ins Detail gehen, ist aber auch ein völlig anderes Thema. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber es ist ein sehr wichtiges Thema, denn bei diesem, hinter diesem Thema ist die Option von automatisierten Workflows. Das heißt, ich immer wieder bei deinem Bestandskunden, zurück zu dem Thema Bestandskunden, in Erinnerung rufen und das Ganze teil- oder vielleicht sogar vollautomatisiert. Das heißt, und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe so viele Kontakte, auch für mich persönlich, wenn ich die nicht immer wieder quasi E-Mails automatisiert schicken würde, ich hätte die Zeit, diese E-Mails manuell zu schicken, überhaupt gar nicht. Und dann wäre ich dort quasi, die würden mich gar nicht mehr kennen. Ich meine, wenn du mit jemandem mal, auch selbst, ja gut, wenn du mit jemandem mal Geschäfte gemacht hast, würde ich dich vielleicht nach ein paar Jahren noch kennen. Und, aber es kann natürlich sein, dass die Entscheiderposition rotiert ist. Und dann hast du vielleicht mit der Firma mal Geschäfte gemacht, aber dort kennt dich niemand mehr, ja. Und wenn du aber dort automatisiert E-Mails versendest und die Entscheiderposition ist rotiert, dann kriegst du ja ein Out-of-Office oder du kriegst ja quasi irgendwie eine E-Mail, ja, ich bin nur noch bis zum so und sovielten im Amt und gehen Sie bitte hier auf meinen Nächsten. Das heißt, du hast durch diese Marketing Automation, ja, hast du theoretisch oder Praxis, in der Praxis auch noch quasi gleichzeitig einen Informationskanal, der dich, wenn es sauber, der Übergang sauber ist, also wenn ein Entscheider das Unternehmen verlässt oder die Abteilung wechselt, dass er dann in seiner E-Mail das auch rechtzeitig ankündigt, dann kriegst du dadurch die Informationen auch noch, wie diese Entscheiderwechsel zustande kommen, ja, wann und wer der Nachfolger ist und so weiter. Dass du sonst mit penibler Kalterquise oder telefonisch irgendwie herausfinden musst, dann irgendwann mal, kannst du so, zumindest teilweise, das funktioniert natürlich nicht immer, weil das nicht immer sauber, quasi die Übergaben nicht immer sauber sind, manche werden auch einfach gekündigt und verlassen einfach abruptes Unternehmen ohne irgendwelche E-Mail, Autoresponder-Benachrichtigungen und so weiter, Out-of-Office oder ich bin, keine Ahnung, hier und dort und jenes. Oder hier bitte mein Nachfolger, dessen Telefonnummer und E-Mail-Adresse ist XY. Und deswegen habe ich jetzt relativ ausführlich hier mal kurz zu diesem Punkt gebracht, weil das ist schon sehr, sehr wichtig. Das Zweite können wir gleich mal, das ist sozusagen der erste Punkt, das Zweite ist, das habe ich ja gerade schon angesprochen, einfach Telefon, ja, das ist, warum habe ich jetzt Telefon, Telefon mit F, natürlich, also nicht Englisch, Telefon, das ist ja peinlich, muss ich jetzt, ich schreibe es nochmal, ich habe glaube ich heute irgendwie zu viel Englisch gesprochen, keine Ahnung, Telefon, so schreibt man das doch auf Deutsch, okay. Das ist letztendlich da, wo dann hier keine Infos zustande kommen oder ich finde den Ansprechpartner nicht mehr oder was. Und es ist natürlich auch persönlich, ja. Das heißt, also das würde ich nicht unterschätzen, denn es gibt nichts Persönlicheres als Telefon. Ja, es ist natürlich persönliche Ansprache und das ist natürlich auch was wert, ja. Würde ich immer wieder auch mit reinmischen in das Ganze. Dann, die dritte Möglichkeit ist auch super wichtig, Social Media. Ja, und hier geht es natürlich auch schon ins Branding rein, ja. Das Stichwort Firmenbranding oder Unternehmen, Personenmarke. Personenmarke ist ein sehr wichtiges Thema auch, je nachdem, wie du quasi, was deine Strategie ist. Also, dass du quasi auf LinkedIn und so weiter dir eine Followerschaft aufbaust. Und das ist ja letztendlich auch vielleicht sogar der direkteste Weg, dich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Du hast dann dort eine Followerschaft, deine ganzen ehemaligen Kunden, Bestandskunden, Interessenten, alles kunterbunt gemischt. Du hast jetzt nicht irgendwie für jedes Segment natürlich ein anderes LinkedIn-Profil. Du hast nur ein LinkedIn-Profil mit einer Followerschaft logischerweise gebündelt. Aber da sind dann alle vorhanden, ja. Und dadurch, dass du da immer wieder was postest und so weiter, hast du quasi diesen Zweck erfüllt, dich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und dann eines Tages, ah, wir brauchen wieder neue Entwickler für dieses, jenes Projekt. Und dann wirst du eben gebucht, ja. Was natürlich hier auch die Limitierung hier ist, ganz klar, nicht alle sind ständig auf LinkedIn und auf LinkedIn aktiv. Das heißt, das setzt natürlich voraus, dass du hier Follower hast, ja, und aktive Follower. Es bringt dir ja nichts, wenn du Follower hast, die nur einmal im Jahr auf LinkedIn sind oder nie wieder. Die das einfach nicht nutzen, das ganze Universum dort. Und es bringt dir auch wenig, wenn du wenig Follower hast. Also viele haben einfach nur so ein mini kleines LinkedIn-Profil. Oder, ja, auch andere Social-Media-Kanäle, ich würde mal sagen, also in der, in dem Universum, wo ich mich bewege, B2B, Geschäft, IT und Mittelstand, Konzern und so weiter, ist LinkedIn einfach das Beste. Du kannst natürlich auch das Gleiche auf, ja, Instagram vielleicht weniger, aber kannst auch machen, ja. Facebook, ja, idealerweise vielleicht bist du überall, ja. Also vielleicht sogar TikTok oder so, ja, wer weiß, was aus TikTok in ein paar Jahren wird, wenn du jetzt schon dabei bist. Aber so richtig sinnvoll ist natürlich LinkedIn. LinkedIn ist ja auch meine Spezialisierung, also ich quasi, ich atme LinkedIn von der ersten Minute, wo ich früh aufstehe, bis zur letzten Minute, wenn ich abends ins Bett gehe. Früher war es eher Xing, jetzt seit einigen Jahren schon zu 100 Prozent LinkedIn. Ich habe mich, glaube ich, zum letzten Mal in mein Xing-Profil eingeloggt, das war irgendwie vor drei Jahren, ja. Ja, und Facebook vermeide ich persönlich so weit, wie es geht, weil es es einfach prädestiniert, es einfach darauf optimiert, dich abzulenken, ja, ähnlich wie YouTube. Und von daher LinkedIn ist eigentlich das Erste, da war. Du kannst natürlich das Gleiche auch machen mit YouTube, ist natürlich aufwendiger, dadurch machen es wenige.